...22 und für eine Liter Super bei rund 1,33 Euro und vielerorts sogar noch höher. Denn seit Jahresbeginn muss man beim Tanken eine zusätzliche CO2-Steuer bezahlen. Etwa 7 Cent mehr kostet nun der Liter, zumindest derzeit. Eigentlich hätte es einen Kostenschub von 10 bis 11 Cent je Liter geben müssen. Die Benzin- und Dieselpreise sind aber nur über den Jahreswechsel um jeweils 7 Cent gestiegen. Das heißt, dass im Wettbewerb der Tankstellen untereinander die höheren Kosten nicht voll an die Autofahrer weitergegeben worden sind. Schon jetzt ist der Anteil der Steuern am Diesel- und Benzinpreis enorm. So muss der Autofahrer beim Tanken neben der Mineralölsteuer und der Mehrwertsteuer nun auch noch die zusätzliche CO2-Steuer bezahlen. Eben diese 7 Cent. Drei Viertel des Benzinpreises stehen praktisch fest, bevor jemand überhaupt nur an der Zapfsäule steht. Die CO2-Abgabe muss auch jeder zahlen, der mit Öl heizt. In den nächsten Monaten soll der Heizölpreis immerhin konstant bleiben. Die Preise allgemein werden jetzt wahrscheinlich auf diesem Niveau verbleiben, weil Öl ist genug in der Welt da. Und erst wenn sich die globale Wirtschaft wieder erholt und die Nachfrage nach Rohöl wieder steigt, wird auch der Preis für Heizöl und Sprit weiter anziehen.